Gut, dann reisen wir noch mal zum Auge. Der nervt, weil der immer vorsprintet. Die Welthauses weit, welches einst in dieser unwirtlichen Sumpflandschaft residierte. Nachdem ihre Dynastie ein jähes Ende fand. Hier. Okay. Ich weiß, dass da sowas war. Ich war da noch nicht. Ach, das wird wahrscheinlich ein Riss sein. Ich war da noch nicht. interessant schauen wir uns das mal an ja fixer nur sicher doch eine abscheulichkeit tötet sie ovarika mit karsten muss man kurz daraus ist denn eine unserer helden wurde getötet ist für dämliche mistfächer die unterbrechen auf jeden fall im arm die kann meinen drünen nicht verwandeln das ist unpraktisch schauen wir mal wie sie vorbeikommt ja was wünscht ihr ich brauche hilfe ah jetzt aber eigentlich das nächste mal muss ich vorher transformieren verstand schon messer her Das war's für heute. Was für Skills brauchst du denn die Form? Im Zweifelsfall will der Fiskasten. Das war Nummer Zwei. Das war's für heute. Da gibt's auf jeden Fall nur Loot. Und da gibt's auch Loot. Und da gibt's auch Loot. Wow, wie viel Loot hab ich ihn bitte übersehen? Gut. Tapla. Gut. 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 Da. Okay, genau, im ersten Dorf. Gut, nur den ersten Loot und dann... Jo. Interessant. So, und weiter oben gibt's auch nochmal. Genau. So, 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 Okay, und zurück. Ne, wo ist die Wüste? Da. Zwei Dunkeln. Südlich von Leonidar und östlich von Halit liegt die glühende Wüste. Ein Ort, der so ungastet. Was ist? So, jetzt bin ich gespannt. Ihr habt es geschafft. Die Risse sind geschlossen. Ja, vertraut ihr mir jetzt? Nein, ihr seid immer noch ein Xarantep. Und ihr seid noch immer gefährlich. Aber ich weiß, dass ihr noch nicht verdorben seid. Ich, wir werden euch im Auge behalten, Taha. Und sollten wir bemerken, dass ihr vom rechten Weg abkommt, dann werden wir euch holen. Das wird nicht passieren. Glaubt mir nur. Hm. Wie dem auch sei. Indem ihr die Portale geschlossen habt, habt ihr E.U. einen Gefallen getan. Und dafür sollt ihr belohnt werden. Schließt eure Augen. Was? Was ist passiert? Ich habe euch etwas gegeben. Ein Zeichen der Dankbarkeit. Lebt wohl, Taha. Ich hoffe, wir werden einander nie wiedersehen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Eieieieieiei. Eieieieiei. Den habe ich schon. Das wäre doch ein netter Schild für den Zwerg. Und das wäre ein netter Ring für die Heilerin. Ich nehme den Ring für die Heilerin. So. Nun brauche ich keine Fokuserhöhung mehr mit der Regenerationsrate. Schön. Was? Dann kümmen wir jetzt sonst an die da. Okay. Ich nehme den Ring für die Heilerin. Okay. Mulandir. Immerlicht. Ja, dann immerlicht. Er ist so unglaublich nervig, aber er ist so ziemlich stark. Obwohl es dem Stadtstaat durch seine Neutralität gelungen ist, während... Ja? Ah, in Ordnung. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wenn gleich manche Kartografen das Gegenteil behaupten mögen, die Karten EOS sind weit entfernt davon vollständig zu sein. Insbesondere das Schwarzmeer hat... Da schau her. Gebt den Befehl, Evran. Ja? Oh, wow. Hab sogar noch volle Kontrolle über die Truppen. Aber da auf der Insel bin ich sonst eigentlich schon fertig. Ah, stopp. Ich habe Looter spät. Nachden... Wie? Oh, wie? Was sind alle Wunden? Oh. 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 Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wo waren wir? Okay, da ist es gut, dann nehmen wir das Wetter.